Moinzeit, Freunde. Willkommen zurück bei Dead Island 2. Hä, die ist ganz woanders. Wir müssen hier noch irgendwas suchen. Was ist denn so? Ach du Scheiße, das ist ja riesig. Vier Ziffern, hm hm. Schauen wir mal. Oh, sie läuft schon wieder von der Body. Ah, ich öffne noch. Ja. Oh, und ich habe noch was anderes. Alter. Ich weiß nichts. Da ist so ein Schlitzi. Nur auf dem kleinen engen Raum, oder? Bisschen. Oh, noch ein Malmi. Oh, das ist nicht durch, dass Postinas... Hey, ich brauche Hilfe hier. Ich habe dich. Nee! Wie schlimm. Oh, die zwei. Hm hm. Oh, Alter. Ich komme hier nicht weg. Wir sind weg. Nööööö. Daraus wird hier immer Kröte und dann rein kommen, aber es ist nicht geschafft. Ich dachte, ich bin schnell als Schlitz. Schlitz-Kollege. Was im Fick bin ich? Ich frage mich auch, weil... Wir sind hier drin, oder? Hey, ich komme hier gerade gar nicht klar, wo ist ich hier? In dem Raum... Noch eine... Ich glaube, wir sind hier drin, oder? Ich glaube, wir sind hier drin, oder? Es ist quasi nur eine, oder? ich hab ja nur 2 war da hinten bei dir wo du gestorben bist die gestorben sind oh ja hier ist die zahl wir müssen die auch einsacken ansonsten das nicht naja komm also hier ja 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 Noch einer. Ich sehe. So, Tomado. Dummes Bispi. Brauch im kleinen Raum. So. Noch ein Schützer. Meistens sagt es ja was, wenn du in der Nähe bist. Ja, wenn du in der Nähe bist. Ja. Wo ist das denn? Ich kann mich halt auch vertreten. Ne, die sind so am Anfangsgebiet. Die hatten wir. Die müssen irgendwie sein. Vielleicht in den Waggons drin oder so? Vor allem in einem drinnen hat es für nichts gesorgt. Man muss doch hier rannt. Vielleicht will ich in einen typischen anderen Raum da hinten nochmal. Was kann man da machen? Oh, ich bin weg. 6-2, die haben wir ja. 7-2, die haben wir. 6-2, die sind weg. 7-3. 5-3. 4-4. So schnell raus. What the hell is this going on? 2, 1, 0, oh no. Was sind das denn mal Zahlen, Alter? Kann nicht sein. Was ist das denn so bezahlt wird? Wir haben eine Karte dafür. Es ist im Vaggon. Ja, da hab ich ja schon geguckt. Ja, aber da ist irgendwo... Und der, der gerade steht hier im Vaggon. Ach, der Koder. Aber gut zu wissen, dass man da eine Karte gefunden hat vorhin. Ja. Oh, nein, Nadja. Hallo, Nadja ist Kumpel. Oh, nein, Nadja. Das ist Hammer. Das ist okay. Hey. Haben wir den Code gefunden? Ja. Rennst hier hin und zieh nach die Tür von alleine auf. Ja. 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 Das hat doch halbwegs gut funktioniert. Halbwegs. Ja. Ja. Ja.